Hi, mein Name ist Manuel. Ich freue mich, dass du zu einem neuen Video von MacFinance eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir mal eine spannende Diversifizierungsmöglichkeit für dein Portfolio vorstellen, und zwar Accra-Kredite. Dieses bietet sich zum Beispiel über die P2P-Plattform LANDE an. Ich selber bin auf LANDE bereits seit 2022 investiert. Wir gucken uns gleich in diesem Video direkt mal mein Depot an, welche Rendite ich bisher mit LANDE erzielt habe. Und für dich habe ich noch eine gute Nachricht. Für alle Neuinvestoren auf LANDE im Monat Oktober gibt es 3% extra Cashback. Und ich finde, das ist ein besonders guter Grund, mit dem Investieren auf LANDE zu starten. Und jetzt lasst uns gemeinsam reinschauen. Ich selbst bin seit 2022 auf der Plattform investiert. In der Zeit habe ich einen Gewinn von 509,04 Euro erwirtschaftet. Das entfällt sich auf 466% Zinsen und durch Bonusaktionen, wie zum Beispiel auch jetzt diese Cashback-Aktion. Als ich damals gestartet habe, habe ich dadurch zum Beispiel 42 Euro verdient. Mein Portfolio-Wert ist derzeit bei 3.165 Euro. Ich bin in 67 unterschiedlichen Lohns investiert. Von denen sind 38 fristgerecht. 11 Stück befinden sich im Verzug. Und das gehört auch bei P2P dazu, dass eben Kredite auch ausfallen. Und ihr seht, 63 Kredite wurden bereits schon zurückgezahlt. Und meine Netto-Jahresrendite wird hier mit 9% angegeben. Schauen wir uns mal Investitionsbeispiele an in Kredite, in die ich investiert bin. Die Kredite selber kommen hierbei aus Lettland, Litauen und Rumänien. Ich bevorzuge vor allen Dingen das Baltikum für meine Investments. Man kann in Maschinen, Land, in Tiere und auch in Ernten investieren. Ich selber bevorzuge hier allerdings die Maschinen und das Land. Und ihr seht, die Jahresrenditen sind zwischen 10 und 13%. Und auch ein 13%er mit einer Laufzeit von 36 Monaten befindet sich in meinem Portfolio. Der geringste Kredit von der Laufzeit, den ich im Portfolio habe, liegt bei 4 Monaten. Und die Beleihungsquote, das seht ihr ja hier auch, liegt meistens zwischen 40 bis 60%. Bei den Laufzeiten gibt es Angebote, in der Regel zwischen 4 und 36 Monaten. Zudem gibt es einen Sekundärmarkt, wo ihr auch die Kredite kaufen und verkaufen könnt. Solltet ihr mal vorzeitig aus dem Investment aussteigen wollen. Kommen wir noch zu weiteren Wissenswerten zu Lande. Lande wurde im Jahr 2019 gegründet. Auf Lande lässt sich in Agrarkredite investieren. Jeder Kredit ist hierbei mit Sicherheiten hinterlegt. Zum Beispiel Maschinen, Land, Gebäude, Tiere oder auch Ernteerträge. Lande ist eine regulierte Plattform und veröffentlicht einen auditierten Geschäftsbericht. Und das sorgt besonders für höheres Vertrauen für die Plattform. Auf Lande sind bereits über 7.660 Investoren investiert. Der CEO ist Nikita Gonchas und investieren lässt sich auf Lande bereits ab 50 Euro pro Kredit. Mit landwirtschaftlichen Krediten lässt sich dein Portfolio weiter divisifizieren. Falls jetzt dein Interesse geweckt worden ist, würde ich mich freuen, wenn du meinen Link zur Anmeldung nutzen wirst. Schreib mir deine Meinung zum vorgestellten Video gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Channel kostenlos abonnierst, das Video bewertest und es mit deinen Freunden teilst. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich wünsche dir gute Investments und bis zum nächsten Mal. Ciao.